So oft wünscht man sich, die Showtreppe hinabzusteigen. Heute steige ich sie aber hinauf. Wir sind hier exklusiv im Groupana-Stadion in der französischen Stadt Lyon. Das ist die Heimat des Fußballvereins Olympique Lyonnais. Hier sind wir natürlich nicht wegen dem Thema Fußball, sondern wegen einer anderen Sache, die rollt. Ihr seid noch immer bei Autonotizen und natürlich geht es um ein Auto. Und zwar das neue Modell des Automobilsponsors dieses Fußballvereins. Nicht auf dem heiligen Rasen, sondern natürlich mit festem Boden unter den Rädern steht hier das Auto. Der MG4 Electric, das neue Modell der Marke MG, ein kompaktes Elektroauto. Das dürfen wir uns heute schon mal ansehen hier zur Sitzprobe und zum ersten Check. Dabei wünsche ich euch viel Spaß mit mir, dem Bernd, dem MG4 Electric hier bei Autonotizen. Bis zum nächsten Mal. Die Marke MG hat eine lange Tradition. Einst britisch und zum Schluss Teil des MG Rover Konzerns ist sie mittlerweile in chinesischer Hand. SAIC, die Shanghai Automotive Industry Corporation, übrigens einer der größten Autohersteller in China und Joint Venture Partner von Volkswagen, hat der MG Rover übernommen. Und die Marke MG auch seitdem weiter gehegt und gepflegt. In Großbritannien ist der Verkauf nie abgebrochen. Es wurden anfangs auch die Autos in Großbritannien weitergebaut. Mit der Qualität war es dann da nicht so. Dann hat man natürlich entschieden, im globalen Netzwerk von SAIC das dann umzuschiften. Die Autos kommen mittlerweile aus China und mittlerweile kommen sie auch nach Kontinentaleuropa. In Deutschland hat MG mittlerweile 133 Handelsstützpunkte. Dort wird ein Plug-in-Hybrid verkauft, der EHS. Es gibt drei Elektroautobaureihen, zwei SUV und den ersten wirklichen Elektro-Kombi in Form des MG5 Electric. Und zu diesen Autos gesellt sich jetzt Ende des Jahres der MG4 Electric. Der ist nicht nur ein weiteres Modell, sondern die erste Baureihe von MG, die auf einer dezidierten Elektroauto-Plattform aufbaut. Die ist modular aufgebaut, soll für verschiedene Radstandsvarianten, Batteriegrößen und deswegen dann auch für verschiedene Fahrzeugklassen dann möglich sein. Schauen wir uns jetzt mal den MG4 an. An der Front sehen wir hier spitze Scheinwerfer, eine spitze Front. Klar, wir haben jetzt hier auch keinen großen Kühlergrill, sondern hier unten dann Kühllufteinlässe nach Bedarf. Eben aerodynamisch optimiert für die Kühlung von Batterie- und Elektroantrieb. LED-Scheinwerfer mit LED-Tagfahrlicht- und Fernlichtassistent sind dabei. Und das Auto, man sieht es hier schon in der Profilansicht, ist endlich mal kein neues SUV, sondern ein Elektro-Kompakter. Und dürfte damit durchaus nicht nur in die Bedürfniswelt vieler Kunden fahren, sondern auch unter jedes Carport und in die Normgarage passen. 4,29 Meter ist der MG4 Electric lang, 1,50 Meter hoch. Und Format und Package sagen natürlich ganz klar, lieber VW ID.3, lieber Cobra Born, lieber Renault Megane, E-Tag Electric. Passt auf, hier kommt ein neuer Mitbewerber. Den gibt es mit zwei verschiedenen Batteriegrößen. 51 Kilowattstunden liegen bei der Basisvariante im Boden. 64 Kilowattstunden bei dem Top-Modell. Davon sind knapp 62 Kilowattstunden netto nutzbar. Das Akkupaket soll mit 11 Zentimetern sehr flach bauen. Damit ist es möglich, dass trotz der Batterie im Boden dann der Sitzkomfort innen nicht zu stark eingeschränkt wird. Man kennt es ja auch von den Autos auf MEB-Basis, dass man doch ein bisschen nah am Innenboden sitzt. Das schauen wir uns gleich an. Zusammen mit den Batteriegrößen ändert sich dann auch die Leistung. Es gibt einen Elektromotor, der die Hinterräder antreibt. Mit der kleinen Batterie sind es 125 kW oder 170 PS maximale Leistung. Und mit dem 64 kW-Akku dann 150 kW oder 204 PS. Auch diese Angabe erinnert bestimmt nicht von ungefähr an ID.3 und Born. Das maximale Drehmoment liegt dann hier bei 250 Newtonmeter. Das ist ein bisschen geringer. Wie sich das dann fährt und anfühlt, das werden wir dann später mal herausfinden und feststellen. Vorne spitze Scheinwerfer. Hinten auch viel Lichtdesign. Wir sehen hier diese großen LED-Rückleuchten. Und dann je nach Version hier auf dieser Theke hier hinten auf den Lichtern sehen wir ganz interessante LED-Streifen als Designspielerei. Das finde ich ein ganz nettes Detail. Nicht nur nett, sondern praktisch natürlich beim E-Auto ist der Ladeanschluss. Der zeigt übrigens hier mit diesem LED den Ladezustand der Batterie an. Das heißt, jetzt sehen wir hier, das Auto ist zu drei Viertel gefüllt. Das ist natürlich dann ganz gut, wenn es zu Hause vor der Garage steht. Das Auto kann man mal raus gucken, wie voll denn der Akku ist. Wir können einmal über Typ 2 laden mit bis zu 11 kW bei der großen Batterie. Und es gibt auch einen CCS-Anschluss. Und hier schafft die 51 kWh Batterie 117 kW Ladeleistung. Und der größere Akku, der kann mit bis zu 135 kW Ladeleistung dann beladen werden. Wie das so funktioniert, wird ein späterer Test klären. Wir schauen jetzt mal in den MG4Electric hinein und starten im Kofferraum. 350 Liter misst der. Wir sehen hier hinter der Ladekante geht es eben auf einen variablen Boden, der also verhindert, dass wir hier eine große Innenkante haben. Hier ist dann die Ladekabeltasche drin. Und dann sehen wir hier unten jetzt nicht wirklich Stauraum. Hier ist dann Tirefit-System, das Warndreieck und sowas. Das ist aber ein bisschen, das kann ich hier schon noch unter den Boden auch reinlegen. Und dann haben wir hier noch an der Seite ein Ablagefach und kleine Haken, um hier Einkaufstaschen zum Beispiel aufzuhängen. Die Lehne der Rücksitzbank ist ein Drittel, zwei Drittel geteilt unklappbar. Wie sich Gepäck und Einkäufe verstauen lassen, haben wir also gesehen. Los geht's zur Sitzprobe. 2,71 Meter beträgt der Radstand. Ich bin 1,92 Meter groß, habe wie immer den Fahrersitz auf meine große Größe eingestellt. Ich weiß kein Normmaß und sitze dann hier hinter meinem imaginären Ich. Da habe ich echt einen mehr als ausreichenden Knieraum. Trotz des flachen Batteriepakets sehen wir aber, dass natürlich auch hier nicht gezaubert werden kann. Und wir haben eben kein hochaufbauendes SUV. Das heißt, man hat dann schon relativ stark angewinkelte Beine. Das wird ein bisschen dadurch abgemildert, dass die Bank, die zwar tief ist, relativ steil steht von der Sitzfläche. Das heißt, ich falle dann hier so dahinter. Das wirkt dann schon ganz bequem, ob das dann nach zwei, drei Stunden Mitfahrt auch noch bequem ist. Das kann ich natürlich jetzt bei der ersten Sitzprobe auch nicht feststellen. Der Innenraum ist teilweise mit Stoff, teilweise mit einer Ledernachbildung, also vegan ausgekleidet. Und hat durchaus ein paar praktische Details. Sehen wir schon hier. Das ist bestimmt auch mit Blick nach Wolfsburg dann gekommen, die Idee. Kleine Ablagetaschen hier, um zum Beispiel ein Smartphone oder eine Packung Taschentücher dann hier zu transportieren. Außerdem machen wir Ablagetaschen dann hier an den Rückseiten der Vordersitzlehnen. Es gibt einen USB-Anschluss in der Mittelkonsole und ein Ablagefach. Leider keine Lüftungsdüsen, wo ich dann hier auch noch die Temperatur, Richtung und Intensität, den Luftstrom in der Richtung und Intensität einstellen kann. Die Kopffreiheit ist in Ordnung. Wir sehen auch, dass hier, also man sieht es vielleicht nicht, weil der schwarze Dachhimmel natürlich das hier stückt im Kamerabild, dass das Innendach hier ein bisschen angehoben ist. Und diese Ausbuchtung sorgt echt dafür, dass ich hier bequem sitzen kann. Trotzdem, dass mein Kopf eben recht weit oben ist. Und ja, also für ein kompaktes Auto echt geräumig hier hinten. Wenn kleine Kinder mitfahren, dann werden die natürlich am besten mit Isofix sitzen, transportiert. Und dann kann ich dann hier mit Klettverschluss das hier nach unten klappen. Habe ich gleichzeitig hier so ein bisschen Schutz für den Stoff. Und dann sind hier die Isofix-Bügel ganz gut erreichbar. Das ist gut gemacht. Eine Mittelarmlinie gibt es leider nicht. Aber immerhin kann dann hier der fünfte Passagier sich freuen, weil er eben keinen hohen Mitteltunnel hat, wo er dann die Beine rumfalten muss. Und kann dann hier einigermaßen bequem sitzen. Schauen wir noch kurz in die Türverkleidung. Da gibt es dann eine Sammlung von verschiedenen Kunststoffen. Das sieht durch, wir haben hier oben so eine Punktmaserung und dann hier diese Streifen, diese Hochglanzeinlage hier um den Türgriff herum. Das sieht durch den Materialmix, auch dann hier mit dem veganen Leder, mit der Kontrastnaht ein bisschen ansprechender und nicht ganz so trist aus, wie die Kunststoffpaneele zum Beispiel im ID.3, den wir in diesem Video natürlich oft als möglichen Hauptkonkurrenten hier heranziehen. Was sich vorne im Cockpit so zeigt, das schauen wir uns jetzt an. Die Vordersitze haben eine schön hohe Linie und hohe Kopfstützen, sind ganz bequem. Die Sitzfläche ist vielleicht ein bisschen kurz. Das muss man dann auch mal während der Fahrt checken, wie sich das so anfühlt. Es gibt drei verschiedene Ausstattungsvarianten. Die kleine Batterieversion kommt als Standardmodell. Da gibt es mit dem 64 Kilowattstunden Akku den Komfort und Luxury. Hier sitzt man im Luxury und der hat zum Beispiel einen elektrisch verstellbaren Fahrersitz. Das Lenkrad ist manuell ausreichend in der Höhe und in der Weite einstellbar. Spiegelein, Spiegelein nicht an der Wand, wer hat das schönste Cockpit im ganzen Land? Die Frage ist natürlich eine Geschmacksfrage, die beantworte ich heute hier objektiv nicht, sondern wir sehen uns an, was der MG4 Electric hier im Innenraum so bietet. Und er bietet natürlich Displays, klar, das haben moderne Autos so. Und er nutzt die Vorteile einer E-Auto-Plattform. Wir haben ja kein Getriebe bei einem Elektroauto. Das heißt, die Fläche hier zwischen Fahrer- und Beifahrersitz kann natürlich genutzt werden. Zum einen für Freiraum, das lockert das hier ein bisschen auf. Und dann haben wir hier ein großes Ablagefach unter einer stabil wirkenden Jalousie. Zwei Becherhalter. Außerdem sind hier unten dann USB und USB-C Stromanschluss sowie eine 12-Volt-Steckdose. Das Smartphone kann aber auch hier auf diesem freischwebenden Teil der Mittelkonsole, diesem Balkon, geladen werden. Das ist natürlich dann praktisch aufgeräumt. Inwieweit es dann hier während der Fahrt herumrutscht, kann späterer Test nur klären. Davor haben wir das Drehrad für das Eingang-Reduktionsgetriebe und die Parkbremse. Und oben auf der Mittelkonsole über den Lüftungsdüsen sehen wir dann hier ein 10,25 Zoll großes Infotainment-Display. Eine Leiste mit physischen Tasten gibt es für wichtige Funktionen, wie die Lautstärke zum Beispiel. Das sehen wir hier. Dann den Defroster für die Windschutzscheibe, die Heckscheibenheizung. Und ich komme dann auch immer, egal wo ich bin, hier aufs Home-Menü, also das Hauptmenü. Das haben wir jetzt hier auch gerade eingestellt. Da sehen wir dann zum Beispiel, hier kann ich dann die Kachel-Navigation anklicken. Die ist jetzt hier im Auto, was noch nicht für die Straße fertig ist, noch nicht richtig installiert. Das Navigationssystem ist im Luxury-Modell serienmäßig. Ich habe dann Radio, dann kann ich hier das Lade-Management zum Beispiel ansteuern. Da sehen wir jetzt hier gerade den Ladezustand der Batterie mit 72 Prozent und 308 Kilometer Reichweite. Der WLTP-Normwert für das Modell mit dem großen Akku liegt bei 450 Kilometern mit 16 Zoll Felgen und 435 Kilometern mit 17 Zoll Leichtmetallfelgen. Dann kann ich hier eben auch Ladestrom und so weiter, das kennt man ja eben von Elektroautos, hier alles einstellen und dann hier meine Menüs verwalten. Dann gehe ich also wieder zurück hier ins Heimatmenü. Dann sehen wir hier dann noch Apple CarPlay und Android Auto, was auch dann möglich ist. Beides eben hier über eine Kabelverbindung und hier habe ich dann, so ein bisschen Porsche inspiriert, diese Leiste links, aber eben praktisch kann ich dann hier direkt zum Beispiel auf die Fahrzeugeinstellungen gehen und dann bleiben wir hier auch mal bei dem, was man dann beim Fahren später auch feststellen könnte. Also ich habe hier einmal die Leistungscharakteristik des Motors. Hier steht dann PS. Kann ich Eco, Normal und Sport, also drei Fahrmodi einstellen. Ich kann die Lenkung, es ist eine elektrische Lenkung, ich kann das natürlich variieren und auch die Pedalkraft, also das heißt der Widerstand des Fahrpedals kann ich mir dann einstellen und die Rekuperation, die kann ich leider nicht über Schallwippen, sondern auch noch hier über das Menü einstellen. Es gibt drei Rekuperationsstufen und dann eine adaptive Funktion auch. Das heißt, wenn dann das Auto mit einer adaptiven Geschwindigkeitsriegelanlage den Abstand hält, dann kann hier eben auch die Rekuperation natürlich dann da mitarbeiten. Dann gibt es hier unter dem Namen MG Pilot die Fahrassistenzsysteme, das ist dann auch je nach Ausstattung natürlich alles dann hier im Luxury-Modell ist alles drin. Wir haben die Verkehrszeichenerkennung, die kann ich dann hier ein- und ausschalten. Wir haben einen Spurhalteassistent und dann gibt es auch einen Querverkehrswarner beim Rückwärts-Rausfahren, also eine Totwinkelwarnung und so weiter und so fort. So, dann haben wir hier unter dem Menüpunkt Praktisch eben auch diverse Einstellungen, die ich halt im Alltag so brauche, ob die Spiegel ein- und ausklappen, ob die Türen sich nach dem Losfahren automatisch verriegeln. Also, das kann ich alles hier machen, da gehen wir jetzt auch nicht zu sehr in jedes Detail und das läuft alles hier über den Touchscreen. Hier ist dann auch mal diese Kacheloptik. Der ist ja nicht der fixeste in Sachen Reaktion auf Fingerbewegungen, aber auch, ich wiederhole mich, wie das während der Fahrt sich dann so darstellt, zeigen wir später. Eine 360-Grad-Kamera-Rundumsicht. Schauen wir mal, ob die hier aktiv ist. Die mag gerade nicht. Ne, ist noch nicht aktiv. Die wird dann auch im Luxury-Modell drin sein. Hier habe ich dann noch eine Video-App und kann ich eben auch das Klimamenü direkt ansteuern. Und das ist natürlich dann leider ein kleiner Umweg. Ich habe also kein Bedientelement für die Klimaautomatik, sondern ich muss hier über den Touchscreen gehen. Ich kann mir dann hier in der Favoritentaste, und damit kommen wir jetzt zu physischen Tasten, wieder im Multifunktionslenkrad dann zum Beispiel hier das Klimamenü aufrufen lassen oder ja auch die Rekuperationsstufen, wenn ich da viel rumspielen will. Dann haben wir also hier die Knöpfe und dann hier zwei so Knubbel. Die sind ganz gut für auch Lautstärke kann ich zum Beispiel hier. Entweder gehe ich hier an die Kanten oder lege hier den Daumen drauf. Die finde ich ökonomisch ganz sinnvoll. Hinter dem Lenkrad sehen wir ein digitales Display, ein bisschen größer als das bei VW und Seat. Da sind sie wieder, die Konkurrenten. Das ist ein 7-Zoll-Display. Da sehen wir die Fahrassistenz, die Geschwindigkeiten, auch den Ladezustand der Batterie, sowie weitere Informationen. Da haben wir jetzt hier den Reifendruck zum Beispiel gerade. Das Lenkrad selber ist oben und unten abgeflacht. Unten die Abflachung bringt natürlich hier mehr Bewegungsfreiheit und oben dann eine bessere Aussicht nach vorne. Und hier ist dann so eine kleine Kamera für die Fahrerüberwachung. Also das ist hier dann der Aufmerksamkeitsassistent, der hier drin ist. Die Lenkstockhebel, die kommen zumindest deutschen Autokunden, zumindest Autosjournalisten, sehr bekannt vor. Ich sage mal nicht, welche Marke. Und da haben wir dann eben Blinker und die Einstellungen für Licht etc. Die elektrische Außenspiegelverstellung geht dann hier links unten im Cockpit. Ein Head-Up-Display wird nicht angeboten. Dafür ist das Cockpit hier schön flach und eben nicht so voluminös. Man hat ja aber hier hinter dem Lenkrad mutmaßlich alles ganz gut im Blick. Ja, also insgesamt ist das Cockpit schön aufgeräumt, klar gestaltet und nicht irgendwie zu verspielt. Mittlerweile hat sich auch die Kamerafunktion eingestellt. Die sehen wir jetzt hier. Und können dann also hier zum Beispiel oben drauf sehen, wo das Auto steht. Und jetzt blicken wir dann hier im Moment auch nach vorne. Und dann sehen wir eben hier, was hier eingestellt ist. Und dann habe ich hier manchmal ein bisschen kleine Menüfelder. Da kann ich dann also hier auch das alles dann frei konfigurieren. Ein interessantes Ausstattungsmerkmal hat der MG4 Electric auch noch zu bieten. Er kann nämlich nicht nur Strom tanken, sondern auch abgeben. Vehicle to Load heißt die Technologie kennt man ja auch von Hyundai Ioniq 5, Kia EV6 oder dem Genesis GV60. 2,2 Kilowatt ist die mögliche Leistung des Stroms, der hier abgegeben werden kann. Damit kommen wir zu Zahlen und Preisen. Tausende Autos konnten reserviert werden. Die sollen auch in diesem Jahr noch ausgeliefert werden. Der Rest sind 2023. Deswegen kümmern wir uns heute mal um die reinen Listenpreise ohne Abzug einer möglichen Förderung. Das Basismodell mit der kleinen Batterie startet bei 31.990 Euro. Dann gibt es die größere Batterie. Da heißt er dann nicht Standard, sondern Komfort. Hat annähernd die gleiche Ausstattung. Ein paar kleine Details hat er mehr. Der kostet dann 35.990 Euro. Und das Luxury-Modell, der hat dann zum Beispiel mehr Fahrassistenten, die größeren Räder. Also durchaus noch eine aufgewertete Ausstattung. Auch der elektrisch verschellbare Fahrersatz zum Beispiel gehört dazu. Der startet bei 37.990 Euro Listenpreis. Wenn man sich jetzt mal einen Volkswagen ID.3 ähnlich konfiguriert, dann ist der schon so ungefähr 400.000 Euro teurer. Das kann man gerade nicht ganz gut darstellen im Konfigurator, weil durch die Lieferprobleme bei diversen Teilen eben gerade nicht alle Features da konfigurierbar sind. Aber das mal so zur preislichen Einordnung. Und damit konkurriert der MG4 Electric eigentlich nicht nur mit den kompakten, die ich in diesem Video genannt habe, sondern preislich auch ganz klar mit kleineren Elektroautos wie dem Opel Corsa E, dem Peugeot E 208 zum Beispiel. Und da dürften dann vielleicht Kunden auch überlegen, nehme ich den oder gebe ich das gleiche Geld aus für ein Auto, was dann doch mehr Platz im Innenraum bietet. Lasst mich doch eure Meinung wissen. Was haltet ihr vom Auto, von der Marke? Würdet ihr den MG4 als elektrokompakt nehmen? Wenn ja, anstelle von welchem Konkurrenzmodell? Ich bin auf alle Kommentare gespannt, lese alle und antworte auf vieles. Mehr zum Auto gibt es wie immer auf der Website autonotizen.de, das verlinke ich unten. Vielen Dank fürs Zusehen, vielen Dank im Voraus für das Abonnieren, dieses Kanal hat ja noch nicht geschehen. Und danke wie so oft an den Matthias fürs Filmen. Bis zum nächsten Mal hier bei Autonotizen. Ich gehe jetzt noch ein bisschen nicht Fußball spielen. Ciao. Autonotizen.